Liebe Blumenfeld-Freunde, ja jetzt ist definitiv Winter angesagt, da kommen noch die Markierung Blumenfeld, nehme ich jetzt da gerade nach Hause und nachher ist unser Blumenfeld im Winterschlaf bis nächsten Frühling. Auch das Blumenfeld ist daher einsam und verlassen, alles abgeräumt und ich möchte mich da nochmals bedanken für alle Kunden, die da bei uns auf unserem Blumenfeld Blumen gekauft haben. Danke, vielmals.